Ja, herzlich willkommen beim Fernschach. Also jeder hat sieben Tage Zeit für Einzug, aber man muss acht Sympathien gleichzeitig spielen. Oder jeden Gegner als weiß oder als schwach. Okay. Gucken wir mal, wo wir erst mal. So. Er hat D6. Mal gucken, was das wird. Der KU-15 oder was auch immer. Finde ich skammelt. Okay. Stetig. Okay. Das wird einmal. So 17. Okay. So, D4. Da kommt er, nehmen wir an. Okay. So. D2, D4. Okay. Ich verstehe mal, D3, B2, obwohl ich das gar nicht kann. Okay. Hier, D3, B2. Hier, D3, B2. Hier, D3, B2. Jetzt sind eigentlich fertig. Der D3, B2, B2. Ist egal. Wir machen's. Okay. ok f4 ah da kommt ein fahrer ein königskabit ok dann machte das fahrt bei gigabit ok ok die 36 2 ok ja jetzt ich habe okay ja guck mal was das wie es gab nicht machen aber was zum nachdenken okay Ja. Ja. Äh, ich muss jetzt wieder zurück. Nein. Äh, toll. Wieder zurück. Okay. Ja, komm, springer F6. Ist das wie Klo? Ja. Okay, springer F3. Okay. Springer F3. Springer F3. Ja. Schlecht. Okay. Skandinavisches Capit. Okay, angenommen. Okay. Okay. Hm? Natürlich da ein Kapit, was. What else? Hä? Wie so zwölf? Hab ich da so gemacht? Ich krieg da jetzt nicht durch. nicht bestätigt bestätigt oder nicht bestätigt ja 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 wollte ich machen ja das war's dänke schön alles klar ja 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 ja